hallo zusammen und frohe weihnachten die mountaineers sind heute bei oberstdorf in der breitagplan viel spaß eine kleine höhle schon gigantisch was hier an eis hängt so Musik Musik Schaut euch diesen Eisvorhang an. Der Hammer. Gigantisch. Man wird auf jeden Fall auch ein bisschen nass von oben. Wunderschön. Musik 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 Wir sind schon wieder auf der Straße. Das Abenteuer Breitagklang ist leider schon vorbei. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welche Klamms ihr schon besucht habt. Vielleicht ist da ja der ein oder andere gute Tipp für uns dabei. Zum Beispiel die Leutaschklamm. Die wollen wir auf jeden Fall mal reingehen. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Tschau. Musik 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 Musik